Hallo, grüßt euch zu den Kanal News. Heute am Sonntag, den 27. Juni 2021, die News-Ausgabe Nummer 26 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Heute in der News-Überschrift, wir müssen reden und mich beschäftigen gerade auf dem Kanal ein, zwei Dinge und ich denke, da müssen wir nachher mal ein bisschen drüber quatschen. Aber zuvor jetzt mal der kleine Rückblick in die letzte Woche. Am Dienstag war das Video, eine Laberfolge eigentlich, über das Thema, was muss ich beim Schaltungstausch alles beachten. Alle Videos aus der Folge raus, oben in der Ecke verlinkt, als auch unten in der Beschreibung, wie üblich. In diesem Video ging es mir einfach ein bisschen darum, um ein bisschen aufzuklären, weil ich habe sehr viele Fragezeichen unter sehr vielen Kommentaren immer gesehen, wo nicht alles so wirklich hundertprozentig klar war. Und ich hoffe, dieses Video konnte ein paar Mythen dahingehend aufklären. Am Mittwoch hatten wir ein Video mit einem kleinen Gewinnspiel, das läuft übrigens noch, da komme ich nachher auch nochmal dazu, über die Mineralgetränke von Speedfresh. Am Donnerstag war ein kleines Video, eigentlich nur ein Mikrovideo über das Thema Kettenlänge, ist auch entstanden aus dem Heraus, weil oftmals die Frage dahinter steht, wie lang muss meine Kette eigentlich überhaupt sein, wenn ich eine Kette wechseln muss. Und ich habe die alte Kette, die auf dem Bike drauf war, nicht mehr oder die gab es im Schaltungswechsel auf ein neues Antriebssystem einfach auch nicht mehr. Deswegen einfach ein kleines Video schnell produziert, einfach nur um diese Frage zu beantworten. Am Freitag war ein Mega-Video, was ihr super gefährt habt, immer noch feiert, ist das Thema, was darf ein E-Bike kosten, von mir so eine kleine Kaufberatung. Weil mir liegt es ein bisschen am Herzen, ein bisschen auf dieses Thema einzugehen, weil ich auch immer wieder viele Fragezeichen sehe in den Kommentaren und auch viele Sachen, die ganz klar sind. Was darf ein E-Bike kosten und warum kostet ein E-Bike, was es kostet. Das hat ja oftmals einfach auch vernünftige Gründe und deswegen war das Video am Freitag, was darf ein E-Bike kosten. Wie gesagt, alle Wiese der Woche, Ecke als auch Text verlinkt, könnt ihr nochmal reinschauen. Am Samstag wiederum ein kleines Video, wo oft auch gefragt wird über meine Basic-Werkzeuge zur Fahrradwartung. War einfach nur so eine Übersicht, was brauche ich wirklich, wenn ich mit dem Warten anfangen möchte. Und das ist relativ überschaubar, dieses Werkzeug. Und das ist ja mal im preislichen Rahmen ja auch weit unter 100 Euro. Also soweit alles safe. Wie kam ich also dem Video am Samstag mit dem Basic-Werkzeug für eine kleine Bike-Wartung? Es ist relativ simpel. Ich hatte am Samstag, also quasi gestern, durfte ich einen Kurs geben hier bei der Hiesigen Volkshochschule über das Thema kleine E-Bike-Wartung. Was kann man selber machen? Was sollte man selber machen? Und was muss man einfach auch beachten? War ein mega Workshop, der stattgefunden hat. War richtig cool besucht, war komplett ausgebucht, war richtig, richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht. Deswegen dieses Video einfach dazu. Oh, jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema des Videos oder News-Folge heute. Wir müssen reden. Und jetzt habe ich ein paar Fragezeichen in den Augen, wo ich was jetzt so wirklich weiß. Wir hatten ja dieses Video am Mittwoch mit Speedfresh Mineralgetränke, als auch einer der Partner hier auf dem Kanal, der auch mit mir zusammen ein Gewinnspiel für euch raushaut. Und jetzt habe ich ein bisschen ein paar Zweifel bekommen an dem, was ich für Videos mache. Und ein paar Zweifel bekommen, was vielleicht ihr sehen wollt oder auch nicht. Das Problem ist folgendes. Ich habe unter diesem Video von diesem Speedfresh Mineralgetränken eine Like- und eine Dislike-Quote von 17 Likes zu 10 Dislikes, waren es jetzt am letzten Mal am Samstag. Also ich gab mal neben mir ein. Und das fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Und ich dachte, okay, dann wollt ihr keine Gewinnspiele mehr haben. Weil das Problem ist ganz einfach. Ich kann nicht Gewinnspiele machen, die aus meiner Tasche rauskommen. Das geht schlichtweg nicht. Deswegen, das geht einfach nur mit Partnern zusammen. Und ich dachte, ich tue euch eigentlich da auch einen Gefallen, wenn ich da auch noch euch einen Rabattcode rausleihe und noch dieses Gewinnspiel veranstalte. Natürlich ist mir für mich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, weiterhin solche Gewinnspiel-Videos zu machen. Die haben natürlich auch einen werbenden Hintergrund, natürlich logisch. Aber das Thema werbender Hintergrund ist auch für diesen Kanal dermaßen saumäßig wichtig. Weil wenn ich diesen werbenden Hintergrund nicht habe, das ganze Produzieren kostet irgendwann Geld. Da muss auch irgendwann eine Finanzierung wieder reinkommen. Deswegen habe ich mir bei dieser Quote Likes-Dislikes überlegt, mache ich keine Gewinnspiele mehr. Und aktuell sieht es aus, dass ich wahrscheinlich keine mehr machen werde, weil es mir einfach schwierig aussieht. Und die Quote sagt, okay, ihr wollt das einfach nicht haben. Dann haben wir aber ein zweites Problem. Wenn ich nicht gewisse Werbpartner auf diesem Kanal mit einbaue, ist diese Videodichte von in der Woche vier Videos einfach auch nicht machbar. Also es wäre schön gewesen, wenn die Disliker unter diesem Video einfach in die Kommentare reingeschrieben hätten, ich stehe nicht auf Mineralgetränke, hätte ich mit leben können, hätte ich gewusst, was dahinter hängt. Hätten die reingeschrieben, ich mag keine Gewinnspiele, wüsste ich auch, was los ist. Ich weiß es aber nicht. Deswegen helft mir, was da los war mit diesem Video. Klar hat es einen relativ tiefen werblichen Hintergrund, weil ein Gewinnspiel geht nicht ohne Werbung. Ich bin gespannt, was da dabei von euch rauskommt. Bitte mal in die Kommentare reinschreiben, warum ein Dislike kam. Und dann kann ich zukünftig sagen, mache ich ein Gewinnspiel mit einem Partner, mache ich keines mehr oder wie auch immer. Aber trotz allem, ich finde es trotzdem mega, ich habe dieses Thema Speedfresh Mineralgetränke, ich bin da ehrlich und es ist keinerlei Fake dahinter. Ich habe es schon länger gekannt, als es diesen Kanal längst gibt. Deswegen habe ich es auch mal aufgenommen. Ihr könnt trotzdem noch mitmachen am Gewinnspiel, läuft noch genau eine Woche jetzt in diesem Fall. Neben mir ist der Instagram-Post, den müsst ihr einfach nur liken und mit dem, und auf Instagram folgen, klar, und natürlich mit dem Hashtag Speedfresh einfach taggen. In den Kommentaren. Und ich kann dann einfach aus diesen vielen Mitmachern des Gewinnspiels einfach rausziehen, die wo gewonnen haben. Und nämlich gewonnen haben ist nämlich schon ein wichtiger Punkt. Zu gewinnen gibt es nämlich in diesem Gewinnspiel 5x2 Flaschen von dem Speedfresh Mineralgetränkekonzentrat. Soweit. Müssen wir mal schauen, wie das Zukunft auf dem Kanal bringt mit Thema Gewinnspielen. Und ich bin gespannt. Für mich ist eigentlich aktuell eindeutig, dass ihr keinen Bock drauf habt. Aber könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob das nur eine Momentaufnahme war oder nur ein Haufen Hate-Disliker. Ich weiß es nicht. Lasst mich da einfach mal auf dem Laufenden. So, und dann nächste Woche starten wir wieder eine spannende Woche hier auf dem Kanal. Ich bin gespannt, was so alles mich umtreiben wird. Ich habe ein paar Projekte aktuell auf meinem Tisch stehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich jetzt wann wo raushauen werde. Wir werden es mal sehen. Ich denke, Livestreaming würde ich unheimlich gern machen. Aber bei diesem schönen, super coolen Wetter macht es für uns alle, ich glaube, wenig Sinn. Deswegen schauen wir mal, wo es euch bringt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.